du lebst rühren du lebst backen du liebst einfach das zubereiten das arbeiten in der küche dann darfst du an unsere neue schüssel serie nicht vorbeigehen unsere gastgeberin im januar konnten sie sich schon schenken lassen und sind begeistert jetzt bist du dran als kunde auf der whatsapp topper party im märz denn es gibt unsere neue serie schüssel pro jetzt für dich im set mit einem spritschutz deckel zu sagenhafte 45 euro du kannst auch alle schüsseln einzeln haben entnehmen das bitte deinen aktuellen flyer der dir deine party manager zur verfügung gestellt hast wir haben hier drei verschiedene größen die sich natürlich zum backen zum zubereiten sehr gut mit eignen können allerdings auch für herzhafte sachen oder mal salat hier mit rein zu geben dadurch dass es ein runder auslaufsicherer deckel mit ist ich möchte ganz kurz zeigen wie man alle drei schlüsseln öffnet hier neben hat man eine kleine lasche gebitte mit den fingern leicht hier rein und öffne diesen behälter innen drin ist eine kleine granulierung somit hast du auch nicht gleich kratzer hier innen drin und kannst ideal mit einem rührgerät hier mit rein gehen wir empfehlen natürlich wenn du was mit einem schneebesen verrühren möchtest und sein kunststoff schneebesen ist ja klar du magst vielleicht eine neue peng schlüssel mit haben die macht auch peng und plupp und somit kannst du sie auch dafür mit einsetzen aber wie gesagt auch für salate eine schöne sache ich setze den deckel locker drauf gehen hier rundherum und lass den deckel einfach verschließen geht total easy und man kann sie sehr schön mit einsetzen du hast hier drei verschiedene grundgrößen die du einzeln mit nutzen kannst und wenn du sagst du möchtest mal was verrühren ohne sommersprossen auszusehen ja ist ja kein problem denn in diesem set gibt es auch noch den passenden spritschutz deckel der sich einmal auf die große sehr schön mit drauf setzen kann du kannst mit dem rührgerät hier reingehen und vielleicht kennst du unsere küchenperle aus unserem normalen katalog produktserie die passt auch hier mit rein oder der mix fix kannst du hier mit reinsetzen also ganz tolle sachen um hier mit zum beispiel zu kombinieren aber der spritschutz deckel passt nicht nur auf die große drauf ich möchte dir zeigen dass es auch auf die kleine einsetzt auf die mittlere einsetzbar ist und natürlich auch bei der kleinen hält es das heißt du kannst immer hier schön rühren ohne dass du zum beispiel nach sommersprossen aus schaust und damit ihr seht wie platzsparend das ist habe ich es mal gleich hier rein fallen lassen macht das hier mit rein und somit vermutet auch dein mann wenn du sagst schatzi ich habe nur eine schüssel gekauft dass zum beispiel hier keine drei versteckt sind somit ist auch noch ein kleiner tresor für dich unsere schüssel pro da kommt man nicht vorbei 45 euro als set viel erfolg mit einem schüssel pro set